So und dann ist noch was interessantes passiert am samstag sie wissen ja ich stehe da halt in den sportklamotten in denen ich gerade das letzte spiel bestritten habe und wir hatten auch fantastische musikex da am samstag unter anderem auch kate perry katie perry entschuldigung und dann ist es so meine art nachdem die künstler gesungen haben gehe ich dahin und bedanke mich freundlich per handschlag und kate perry hat mich aber katie perry entschuldigung hat mich aber nicht erkannt glaube ich weil ich bin natürlich bei den proben nicht zugegen sie hat mich jedenfalls nicht für den gehalten der ich eigentlich bin schauen sie mal kate perry ja kate perry dachte wahrscheinlich auch was der nette mann vom ton hier der mir das mikrofon abnimmt ja ich bin ja natürlich bei den proben logischerweise nicht dabei und das gleiche ist mir auch schon mal mit james blund passiert da saß james blund am piano hat gespielt und wir kamen gerade vom spiel draußen rein ich in so einer tonunterhose ja und und mit sportschuhen nass geschwitzt und da habe ich gedacht sagst du wenigstens mal tag der hatte glaube ich angst vor mir der dachte wer so verrückte aus dem publikum der auf einmal auf ihn zuläuft ja und ja katie perry hat dann nachher erfahren dass ich bin ja und das hat ihr total leid getan und ich musste am montag unbedingt noch mal hin und ich habe gesagt schon okay ich bin nicht sauer ganz im gegenteil war ja lustig war alle aber sie möchte das noch mal alles klarstellen meine damen herren hier ist sie noch mal katie perry katie perry ist es ein present for me ja welcome take a seat take a seat so i just told the audience that you 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 did not know that it was me because you're in jeans and a t-shirt yeah and you thought i was the uh you thought i was the audio technician oh well the other guy was wearing the suit and introduced me so i thought he was the famous the famous you mean Matthias Oppenhoefel yeah yeah he is the famous too oh but not as famous as you of course not i don't care you know i don't care aren't you gonna open it yeah 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 i will open it you know i don't care i thought it was very funny i thought it was very funny because i explained to the audience uh 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 already on uh on saturday that that happened to me before when james blunt was playing there he had no idea or of uh of uh of who i i was i wish i could speak german because then i could be in on the joke could not be the butt of the joke yeah so you can learn it i could learn yeah this is a geschenk yeah a geschenk von 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 dir an mich geschenk say geschenk geschenk yeah that's right present present is geschenk that means a present oh okay geschenk yeah okay let me check what it is oh thank you very much a microphone thank you thank you so nice so nice i'm sorry i'll never do it again i'll never do it again i'll never do it again so but it made you the number one again oh yes thank you katy perry is wieder nummer eins mit kiss the girl and i liked it is it is it is it um is it a song about your private life or is it just a fun tongue-in-cheek little song yeah it's both i mean it's not about a one specific situation but so you know not only like boys you also like girls well she has to be beautiful very beautiful she has to be beautiful Heidi Klum Heidi Klum? i don't know of that beauty yeah kind of that beauty okay Heidi Klum find sie zum Beispiel schickt we have someone is called Cindy aus Marzahn have you heard about her? i can introduce you next time she's a girl from Berlin from Berlin she must be really beautiful yeah und ich weiß nicht ob sie es gesehen haben meine Damen und Herren die Pussycat Dolls waren auch noch da so you like the Pussycat Dolls? oh yeah oh yes did you meet? i met them yeah they all remember they came up to you at the end of the show and made a funny made a joke die Pussycat Dolls haben das natürlich gesehen mit Katy Perry und haben sich natürlich noch mal über mich lustig gemacht hier ein kleiner Ausschnitt vom Samstag die Pussycat Dolls when I blew up when I blew up thank you thank you thank you very much thank you very much it's all right yeah but they knew me they were here before Oh, ja? Ja, ja, ja. So, aber das ist gut. Denn von dem accident, du wirst niemals vergessen mich. Ja, das ist es. Du wirst niemals vergessen mich, auch? Ich bin absoluten sicher. Nein, wir werden niemals vergessen. Ich hoffe, dass du erfolgreich bist. Vielen Dank. Das ist der erste Big Hit? Ja, es ist. Ja. Ja. Ich werde niemals vergessen. Ich werde niemals vergessen. Ja. Ja, ich wünsche dir gute Glück. Ich mache dich jetzt mal einfach. Weil, du wirst, wenn du so ein Big Hit zu hast, vielleicht ist es vielleicht schwer, um, zu, 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 zu be successful over a couple of years. Nicht, wenn ich stark gemacht habe, richtig? Definitiv. Woher kommen Sie von hier? Ich gehe nach Berlin. Ich werde mir einmal zum ersten Mal in Berlin. Hier im Klonen. A live concert? Ja, live concert. Hier in Klonen? Ja. Ich verkeh die Name der venue, aber ich weiß, ich werde morgen. Und dann... Wo ist es? Do you know where it is? I don't know exactly. Is it maybe called the Stefan Raab Arena? I guess so. Okay. Yes, I will. I will. I'm looking forward to it. Maybe I'll come to watch the show. I would be honored. If it's not far from here. I would be honored. You and that guy that looks like you. Yeah, yeah. Supposed to be you. Matthias Oppenhövel, say that, please. Oppenhövel. Yeah, exactly. I bring you the microphone tomorrow to the on stage. Thanks. So thank you very much. This is here. Let me take the chance to show your brand new album. One of the boys. How do you say that in German? One of the boys? Yeah. Einer von den Jungs. What? Einer von den Jungs. 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 Perfect. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, da we County you wear, da weahaha! Thank you. Thank you very much,讓 men and OF JAV